Ivan Fresneda zählt wohl zu den größten Rechtsverteidiger-Talenten der Welt und nun soll sich der 18-Jährige wohl für einen Wechsel zu Borussia Dortmund entschieden haben. Es gab ja schon im Winter Gerüchte, dass er kommen könnte. Damals war es noch so ein Zweikampf zwischen Arsenal und Dortmund. Letztendlich ist er erstmal bei Real Valladolid geblieben. Nun berichtet allerdings eine recht seriöse Quelle aus Portugal, dass es derzeit einen Zweikampf zwischen dem BVB und Sporting gab und dass jetzt aber der BVB wohl die besten Chancen und auch mehr oder weniger das Rennen um ihn gemacht hat. Als Ablöse werden für den 18-Jährigen Rechtsverteidiger so ca. 15 Millionen Euro geschätzt, was vom Marktwert her von ihm relativ realistisch ist, denn da konnte er sich tatsächlich im letzten Marktwert-Update von der La Liga von 1 Million um 9 Millionen nach oben arbeiten, sodass er nun einen Marktwert von 10 Millionen Euro hat. Soviel dann also zu den Transfermodalitäten. Kommen wir nun aber zum Spieler selbst, der wirklich sehr interessant ist, denn Fresneda, wenn wir jetzt mal vorne beginnen, ist in Madrid geboren, war dann eben auch 4 Jahre in der Jugend von Real Madrid, ist dann in der Jugend von Real Valladolid gelandet, wo er eben diese Saison seinen Durchbruch hatte. Und durch diese spanische Top-Ausbildung hat er wirklich eine extrem gute Technik vorzuweisen, die ihm vor allem im Passspiel zugutekommt. So überzeugt er mit einem guten Aufbauspiel und mit seiner Schnelligkeit eben auch, mit der er wirklich selten überlaufen wird. Ich habe beispielsweise das Hinspiel gegen Real Madrid gesehen in der La Liga und da hat er wirklich Vinicius Junior größtenteils extrem gut wegverteidigt, klar nicht immer, aber an sich hat er da wirklich ein gutes Spiel gegen einen Weltklasseflügel gemacht. Mit einer Größe von 1,82 Meter ist er physisch für seine Größe und das Alter eigentlich sogar echt stabil. Dennoch ist, wie wir hier auch sehen können an seinen FB Ref Statistiken, das Kopfballspiel schon eine relativ große Schwäche von ihm im Vergleich zu den restlichen Defensivdisziplinen, die wirklich herausragend sind für sein Alter. Des Weiteren beackert er wirklich die Seitenlinie von vorne bis hinten, wir sehen auch hier seine Heatmap und macht dabei auch wirklich viele Meter, hat eine gute Ausdauer, also das ist auf jeden Fall top. Es hört sich vielleicht ein bisschen dumm an, aber er wirkt schon extrem reif für sein Alter und traut sich auch extrem viel mit dem Ball am Fuß. Außerdem ist er vor allem im Defensivverhalten extrem stark, wie vorhin schon angesprochen, verteidigt gut im 1 gegen 1 und es wirkt wirklich so, als hätte er schon einige Profisaisons an Erfahrung gesammelt, was aber halt schlichtweg nicht der Fall ist. Zudem sind seine Flanken auch recht solide, könnten noch besser sein, aber ich sehe da auf jeden Fall Verbesserungspotenzial. Wir sehen hier auch, seine Expected Assists sind deutlich höher, wie seine tatsächlichen Vorlagen, also er macht gute Vorlagen, aber die wurden halt einfach nicht genutzt, weil er bei Real Valladolid spielt, die jetzt kein Topklub sind mit guten Abschlussspielern. Durch sein mutiges Auftreten hat Fresneda teilweise noch den ein oder anderen zu leichtfertigen Ballverlust in seinem Spiel drin, da er eben auch gerne mal tief in der eigenen Hälfte ins Dribbling geht im Aufbauspiel, teilweise mit Erfolg, aber eben nicht immer, da dies halt auch sehr riskant ist. Aber ein weiterer Punkt, der für ihn spricht, ist, dass er auch als inverser Außenverteidiger spielen könnte, durch seine Spielintelligenz, sowie seinen guten technischen und Passfähigkeiten. Er kann als kompletter, moderner Außenverteidiger bezeichnet werden, dessen Stärken in der Defensive und im Ballbesitz liegen. Sein Offensiv-Output, wenn wir jetzt hier mal schauen, ist zwar derzeit noch gering, was aber viel eher an seiner Mannschaft liegt, wie an seinen Fähigkeiten. Denn Real Valladolid hat mit 20 Toren aus 27 Spielen in der Liga die zweitschwächste Offensive in La Liga. Zudem haben sie mit 48% Ballbesitz im Durchschnitt auch deutlich weniger den Ball im Vergleich zum BVB und daher traue ich ihm da definitiv noch einen Sprung nach vorne zu, in allen Bereichen abseits der Defensivstatistiken hier. Womit er dann eben einen idealen Außenverteidiger für den BVB in Zukunft bzw. auch schon im Hier und Jetzt darstellen würde. Er ist wirklich perfekt als klassischer Rechtsverteidiger in einer Viererkette, da er da sowohl seine Offensiv- als auch Defensivfähigkeiten perfekt einbringen kann. Auch wenn er in einer Fünferkette als rechter Innenverteidiger oder rechter Ringback spielen könnte, als auch als inverser Außenverteidiger, der einen Ballbesitz in die Mitte zieht. Bei Valladolid zum Beispiel hat er diese Saison fast immer Rechtsverteidiger in der Viererkette gespielt. Hat man dann aber mal seltenerweise Fünferkette gespielt, war er meist der rechte Innenverteidiger, was eben auch nochmal seine Defensivstärke betont. Somit würde man dann beim BVB in die nächste Saison auf der Rechtsverteidigung gehen mit Wolf, Moray mit einem großen Fragezeichen. Und für die E-Links-Verteidigung hätte man dann wahrscheinlich Benze Baini, Guerrero, der dort auch aushelfen könnte, auch wenn er jetzt erstmal fürs Mittelfeld eingeplant ist. Und Rüerson, der eben auf beiden Seiten spielen kann. Das würde ich tatsächlich auch Fresneda zutrauen, da er die Fähigkeiten dazu mitbringt. Also alles in allem finde ich Fresneda wirklich eine gute Lösung, hat ein enormes Potenzial, kann sich echt noch gut weiterentwickeln. Ist aber auch eben hier und jetzt schon ein echt guter Spieler, der meiner Meinung nach auch direkt Stammspieler sein könnte, je nachdem wie es sich entwickelt. Und dann halt eben der nächste Spieler bei Dortmund sein könnte, der sich vom Talent zum absoluten Top-Spieler entwickelt. Aber was sagt ihr zu dem Spanier und meiner Einschätzung zu ihm? Seht ihr es ähnlich? Habt ihr noch was anderes zu ergänzen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir sehr gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao! Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.